Einfache Worte beschreiben perfekt ein heeres Leben. Ehre, Weisheit, Tappenheit. Unsere Tugenden wurden uns wie ein Orden verliehen. Sie wurden zu einem Kodex. Unserem Kodex. Mancher sagt, wir hätten den Pfad der Tugend verlassen. Und die Götter schickten das Biest, um uns zu bestrafen. Ich sage, heuern wir einen Biestschlechter an. Lass dir nicht erzählen, dass dies nur ein weiterer Auftrag wäre. Dieses Land erlebte noch nie solch unsagbar Böses. J.A. J.A. Vielen Dank.